Zur Navigation Springen zur Suche Springen Horst Birr war ein deutscher Schauspieler. Seine Lebensgefährtin war Hertha Gische, Kabarettistin. Leben Horst Birr machte seine schauspielerische Ausbildung in Leipzig ab dem 1. Juni 1929. 1930–1931 war er am Alten Theater Leipzig und von 1931 bis 1933 bei der Sächsischen Landesbühne Leipzig engagiert. Im Oktober 1932 trat Birr der NSDAP bei. Neben seiner Schauspielerei arbeitete Birr auch als Komiker an Theatern und Kabaretts. 1933 verzog er nach Berlin. Am 18. Juni wurde Birr als Mitglied in die Reichsfilmkammer, eine Abteilung der Reichskulturkammer, aufgenommen. Die Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer war im Dritten Reich Voraussetzung für eine Tätigkeit beim Film und auch beim Theater. Von 1934 bis 1941 wirkte Birr in 40 Filmen mit, immer in markanten kleinen Nebenrollen, in denen er Schüler, Diener, kleine Angestellte und später auch Soldaten verkörperte, junge Männer, die sich trotz der Bedeutungslosigkeit ihrer sozialen Stellung Pragmatismus, Munterkeit und ein kässes, schnodderiges Mundwerk bewahren. Neben seiner Filmarbeit war Birr weiterhin an Berliner Theatern engagiert. 1933–1934 spielte er am Variety Theater Plaza. 1935–1936 spielte er am Theater und an der Komödie am Kurfürstendamm. 1939–40 am Renaissance Theater. 1941–1942 bei der Gastspieldirektion Horst van Diemen. Um 1942 wurde Birr zur Wehrmacht eingezogen und wurde nach kurzem Einsatz als Flaggsoldat zur Wehrmachtsbetreuung freigestellt. 1943–1944 war er an der Berliner Soldatenbühne engagiert. Laut Exil- und Theaterforscher Frithjof Trapp, der seine Angaben teilweise aus Unterlagen des Berlin-Document-Center gewann, war Birr zuletzt Leiter der Bunkergruppe Horst Birr. Mit dieser und seiner damals in Worpswede lebenden Lebensgefährtin wurde Birr vom 2. Oktober bis zum 1. Dezember 1943 für eine Tournee nach Norwegen verpflichtet. Mitte Oktober erhielt Birr den betrügerischerweise verschwiegen, und sich dadurch Eingang in die Reichskulturkammer und in die NSDAP verschafft. Als Birr mit seinem Ensemble nach Berlin zurückgekehrt war, meldete er sich nicht wie vorgeschrieben bei seiner Militärdienststelle. Am 15. Oktober 1943 verfasste er einen Abschiedsbrief. Dieser enthielt folgende Mitteilungen. Ich sitze jetzt in meiner Wohnung nachdem ich von der Tournee zurückgerufen wurde. Die Gestapo behauptet, dass ich Halbjude sei. Ich soll deswegen vor ein Kriegsgericht. Ich bin unschuldig, aber um all diesen Dingen zu entgehen, komme ich diesen Herren zuvor. Am 18. Oktober beging Birr zusammen mit seiner Lebensgefährtin Suizid. Hertha Gische wurde nach Polizeiangaben noch lebend vorgefunden und verstarb kurz danach in einem Berliner Krankenhaus.